Herzlich Willkommen bei der Familie Weller in Bräuningsweiler. Wir haben ein großes Projekt hinter uns. Wir haben einen Pool gebaut und unseren Garten komplett neu gestaltet. Wir haben ein großes Ziel gehabt. Wir wollten einen Pool bauen und unseren Garten gestalten mit möglichst wenig Pflegeaufwand. Wenig Pflegeaufwand heißt für uns und speziell für mich, da ich viel auf Reisen bin, dass ich den Pool genießen möchte, aber nicht jedes Wochenende oder zwei Monate in der Woche nach pH werden schauen muss, nach Chlor werden schauen und da drin hat die Ostbahnlage eine hervorragende Arbeit geleistet. Also das ganz Besondere für uns ist, dass wir morgens früh aufstehen um 7 Uhr, dann wird der Rollladen nach hinten gefahren, dann sieht man das blaue Wasser auf einen zukommen und dann hat man nur ein Ziel, in das Wasser zu tauchen und die Wärme zu genießen von dem warmen Wasser und natürlich den Auftrieb. Das Wasser macht einen sehr, sehr leicht und wenn man dann 15, 20 Minuten im Wasser drin ist, dann rausgeht, sich abduscht und dann Kaffee trinkt, dann kann der Tag beginnen. Für die Wartung instand halten möchte ich nur sagen, da haben wir eigentlich gar keinen Aufwand. Wir haben zwei manuelle Geräte dabei, ich habe die zweimal gegenkontrolliert, aber das System ist so ausgefeilt und so gut, das reguliert sich selber, das justiert sich selber, das mist selber und justiert danach. Ich habe da, ich sage mal, alle zwei Wochen vielleicht zehn Minuten Arbeit, mal ein paar Salztabletten nachzulernen, den pH-Senker nachzulernen, aber das ist eigentlich tendenziell gegen Null. Das System ist ausgereift, technisch robust und kann nur sagen, ich bin Ingenieur und ich bin auch detailverliebt, aber da gibt es nichts zu diskutieren, das passt hundertprozentig. Und dank der Firmen, die uns da unterstützt haben, haben wir das zu hundertprozentig erreicht. Deswegen sind wir sehr, sehr zufrieden und können diese Vorgehensweise nur empfehlen. Vielen Dank. Ich bin in der Tatooine, die von der Tatooine prüfen derivative und anschließend mit der Forderung Ich bin in der Tatooine, die von der Tatooine, die von der Tatooine, die von der Tatooine, oder Hölle nicht immer noch sein und meinen Einflächigen, die von Patrick was Ich bin in der Tatooine und ich bin in der Tatooine und das die Tatooine, die vonrymacht,